Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem neuen Part, weiteren Part Mario Kart 8 Online. Ähm, ja, dieses Mal eine, ja, etwas kürzere Folge, sag ich schon mal, äh, also ich will sie etwas kürzer machen, denn wir haben Freitag, äh, 14.15 Uhr und die Folge soll halt nachher schon kommen, deswegen, äh, ja, darf sie erstens nicht zu lange gehen und, ähm, ja, wegen einer ganz bestimmten Sache. Und zwar fahre ich heute für circa zwei Wochen, ähm, weg und, ähm, ja, ich hab ein paar Sachen vorproduziert, aber jetzt nicht, ähm, ja, jeden Tag zwei Videos, ich weiß nicht mal, ich glaube es reicht vielleicht für jeden Tag ein Video, ähm, also das wäre sowieso nicht das Problem, sondern, das veröffentlichen. Ja, hochladen ist es meist auch schon, fehlen da nur noch ein paar Sachen und, wow. Und, ähm, ja, es ist halt das Internet, ich weiß nicht, ob ich da wirklich ins Internet kann, ich hab kein Handy und, ähm, ähm, ich glaube, da ist ein PC und der hat auch Internet, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Deswegen, mal schauen. Ähm, ja, ich wollte sie eigentlich schon am Sonntag bringen oder am Samstag irgendwie so, aber, ähm, ja, jetzt war es doch erst später und ich hoffe, ich schaffe das noch alles rechtzeitig, denn wir wollen auch halt, äh, gleich nachher irgendwie los. Ich muss noch Tasche packen und alles. Das wird anstrengend. Ähm, ja gut, mit dem anderen fange ich gleich an, nachdem, äh, das Rennen fertig ist. Das wäre Quatsch, das jetzt anzufangen. Ja, ich probiere mal ein bisschen, mich zu beeilen. Ähm, und zwar ist es halt noch so, also es ist ja folgend, wenn, oh, verdammt, wenn, ähm, ich da keinen wirklichen Zugriff zu Internet habe, was für mich jetzt auch nicht schlimm ist, aber, ähm, nur damit man das halt weiß, ne, ähm, kommt halt alles nicht. Ist ja logisch. Denn ist halt zwei Wochen, ja, Ruhe, ne, Ruhestand, sag ich mal. Äh, Sommer Pause. Ja. Kann man, kann man so sagen, ne? Zwei Wochen Sommerpause und wenn, kommt, kommt wahrscheinlich so einer pro Tag. Mal gucken. Das ist halt einfach nur, Donkey Kong würde wahrscheinlich morgen oder übermorgen enden. Dann fängt das neue an. Ist ja schon bekannt. Na, und ja, geht. Also, Assassin's Creed und Resident Evil gehen nicht weiter. Noch nicht. Ähm, ja, für zwei Wochen vor Produzieren war halt schon, ich hatte nicht so ganz viel Zeit und dann musste ich halt für, in einer Woche für drei Wochen machen. Also für die jetzt und für die nächsten beiden. Und das war halt nicht wirklich äh, möglich gerade. Ähm, und ja, deswegen hab ich halt, ich hab die halt gar nicht aufgenommen mehr. Äh, sonst eigentlich alles soweit, ne? Eigentlich ist alles so, was auf meinem Kanal ist, hab ich mindestens einmal außer halt die beiden Sachen. Soweit ich weiß. sind zwar die Hauptprojekte, aber sie kommen trotzdem nicht. Ja, irgendwie, irgendwie nicht so schlau, denke ich mal. Aber, naja, ne? Die gehen, die gehen auf jeden Fall weiter, denn, aber halt erst, äh, ja, nach zwei Wochen. Also, ihr müsst euch leider gedulden, ja, leider, ja. Tut mir eigentlich auch leid, aber ich hab's mir auch selber ausgesucht und ich denke mal, zu meinem jetzigen Stand ist das eh noch nicht so ganz schlimm, würde ich sagen. Und wenn sowieso was kommt, denn ist ja was da und es kommt ja denn nicht, überhaupt nichts, ne? Ja, ich würde sagen, das ist auch schon das letzte Rennen. Wie gesagt, soll nur kurz werden, ähm, denn, eigentlich wollte ich das nur erwähnen, dass ich halt nicht da bin und, ja, die ganze Situation halt denn. Ja, wie gesagt, geht danach alles nochmal weiter und, ähm, es kommt auf jeden Fall noch eine neue Sache wieder danach und kam noch was Besonderes, was ich so sagen kann. Ich glaube, nee. Sonst halt alles wie gehabt, ja. Komm halt erstmal, ne? Oh mein Gott. Die vier Sachen, ähm, die Hauptprojekte, wie ich sie immer ja nenne. Sie hat dann nicht mehr Donkey Kong, sondern Sly und, ja, die wie gehabt, ne? Resident Evil, Assassin's Creed und New Super Mario Bros. Wii. Davon kommt übrigens auch nicht so viel. Also, ja, sag ich jetzt einfach schon mal. Weil, nicht so viel Zeit und eigentlich hätte ich heute aufnehmen können, aber habe ich doch nicht getan. Weiß auch nicht warum. Oh, verdammt. Ja, hab irgendwie, hab durchgemacht, ähm, eigentlich nicht wirklich gewollt, aber, na ja. Ich konnte nicht fennen, es war so mega heiß und dann hatte ich keine Lust zu pennen und dann, was war dann? Ja, dann war es irgendwie nachher vier, halb fünf, fünf und dann dachte ich mir, brauchst du jetzt auch nicht mehr schlafen gehen, weil ich musste um acht weg, ja, also aus dem Haus raus, ne. Das war nicht so schön. Gleich noch vier Stunden Fahrt, das bringt Spaß, man. ja, wahrscheinlich werde ich da mal ein bisschen pennen, wenn ich fit bin für heute Abend und den nächsten Tag, da muss ich auf jeden Fall auch noch fit sein, ein fetter Geburtstag. ja, mal gucken. Ich hoffe, die ganze Situation ist jetzt so in Ordnung, aber, wobei, ist es halt, ne, wenn ich das so mache, könnt ihr eh nichts dagegen tun. Ich rede jetzt einfach mal bei Black Screen hier weiter, oder, ne, ich mach, ich mach hier einmal den hier. Ähm, ja, die Situation geht halt nicht so lange, ne. Man kann es auf jeden Fall aushalten. Ich hoffe, ich habe auch viel Spaß. Wahrscheinlich, ähm, werde ich mal, also ich hab ein bisschen überlegt, ob ich, ähm, ja, vielleicht irgendwie einen Vlog oder so mache. das werde ich aber mir noch mal überlegen, ja. Denn das ist ja, ne, zeigen und ich weiß nicht, ob ich das schon will, ob ich dafür bereit bin, ob ich das tun sollte. Wow, jetzt kommt Vorschau, aber okay. Ähm, das überlege ich mir halt noch mal und entweder kommt dann nach den zwei Wochen etwas oder wenn denn auch während ich da bin, vielleicht kriege ich das ja irgendwie hin. dann hoffe ich, euch hat der Mini-Part hier gefallen. Ähm, mich würde es interessieren, wie ihr das so seht. Also einmal so, ne, kurz reinschäuben, ja, ist vollkommen in Ordnung oder ihr findet das blöd, schade. Wenn ihr schade findet, ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. aber ja, ich fahre eigentlich jedes Jahr dahin und jetzt ist es halt soweit. Und ja, ich würde sagen, ich bende jetzt einfach hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr habt der Part gefallen und wir sehen uns dann entweder in weiteren Videos oder in zwei Wochen. Bis dann und ciao. Ciao.